Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, ich bin Max Janter vom FC Alster Brüder und ich präsentiere euch heute meine Top 11. Fangen wir ganz hinten an im Tor. Da spielt Mirko Weiß, den kenne ich als Torwarttrainer beim FC St. Pauli. Ich kenne ihn jetzt gar nicht aus seiner aktiven Zeit. Super Typ, ein, zwei Aktionen im Training gesehen war, wo er selber am Tor stand. Der kann auf jeden Fall auch was am Tor, hat sich seinen Platz da verdient. Hinten spiele ich mit einer Dreierkette. Auf der linken Seite Karl Janter, mein Bruder. Spielt in der A-Jugend beim ETV, davor bei Niendorf. Zweikampfstarker Spieler, ja, kopfballstark, gutes Aufbauspiel. Macht seine Sache da hinten auf jeden Fall solide. In der Mitte Torben Kraft, kenne ich auch schon lange, bei Niendorf in der zweiten zusammengespielt. Jetzt auch beim FC Alster Brüder aktiv, klassischer Innenverteidiger, zweikampfstark, kopfballstark, solides Aufbauspiel. Auf der rechten Seite Gunnar Hitscher, unser Kapitän beim FC Alster Brüder. Auch klassischer Innenverteidiger, zweikampfstark, Aufbau jetzt nicht die allergrößte Stärke, aber macht das auf jeden Fall mit Willem wieder wett. Auf der 6, Marvin Kück, auch beim FC Alster Brüder aktiv, kenne ich auch seit der fünften Klasse schon. Ja, super Typ, guter Fußballer, Allrounder, kann eigentlich alles, hat ein Passspiel, hat Technik, hat einen Schuss, hat ein Auge, hat Wille. Ja, hat sich seinen Platz da auch verdient. Auf der anderen Seite Daniele Menchone-Scharnbeck, den kenne ich, seitdem wir vier, fünf Jahre alt sind, haben zusammen beim ETV angefangen. Super Kerl, Linksfuß, zweikampfstark, Passstark, guter Spieler, hat er auf der 6 seinen Platz gefunden. Offensivreihe von links nach rechts, Felix Niebuhr auf der linken Seite, kenne ich auch aus der Jugend, weil Schnell sind zusammengespielt, jetzt auch beim FC Alster Brüder aktiv. Ja, super Offensivspieler, gute Technik, Zucht zum Tor, zwei gute Füße, besonders starken Linken, klasse Kerl, ja, hat sich seinen Platz da auch verdient. Im Zentrum mein anderer Bruder, Konrad Janter, spielt auch beim ETV in der Jugend wie der andere, aber in der B-Jugend, letztes Jahr C-Jugend, auch guter Offensivspieler, gute Technik, gutes Passspiel, gutes Auge, guten Torschuss, ja, kann man da auf jeden Fall hinstellen. Auf der rechten Seite Benni Olde, Trainerkollege beim FC St. Pauli von mir, super Kerl, guter Fußballer, hat unfassbar gute Fallrückzieher drauf, enden aber manchmal im Krankenhaus, ja, hat sich seinen Platz da auch verdient wie alle anderen. Vorne im Sturm mit zwei Spitzen, die eine Spitze ist Benni Liedtke, der andere Trainerkollege vom FC St. Pauli. Ja, ist ein bisschen unkonventioneller Spieler, hat aber definitiv Zug zum Tor, schießt da auch mal so ein bisschen Müller-like, ja, Abstaubertore, sag ich mal. Super Kerl, besondere Spezialität bei dem, für Zweikämpfe mit dem Schienbein und hat natürlich Profi-Erfahrung bei Unterhaching und bei Fortuna Düsseldorf, deswegen auch der Spitzname Fortuna Liedtke gesammelt. Anderer Stürmer, Patrick May, kenne ich auch seit der fünften Klasse in Niendorf in Schnelldienst zusammengespielt, super Stürmer, mittlerweile auch beim FC Alster Brüder aktiv, eher Typ Konterstürmer, aber auch richtig guter Spieler, hat sich seinen Platz da verdient und diese Truppe ist eigentlich unschlagbar. Kein Dach überm Kopf, aber nen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.